Hey YouTube, herzlich willkommen zur Vorschau aufs olympische Zeitfahren. Ich habe zugegeben ein paar Probleme mit den Straßenradsportveranstaltungen bei Olympia, aber das Zeitfahren ist auf jeden Fall noch ganz okay und fair. Und das Straßenrennen wird dann wahrscheinlich eine reine Chaosveranstaltung, wie ein Autounfall, gute Unterhaltung, aber welchen Wert hat dann noch der Sieg? Aber die ganzen Kritikpunkte besser in einem anderen Video. Schauen wir uns mal das Zeitfahren an. Wie ist die Strecke? Wie ist die Startliste? Wer sind die Favoriten? Aber wir können uns auch gerne mal den Tagesablauf von einem Sportler bei einem Einzelzeitfahren anschauen. Was ist hier bei Olympia ein bisschen anders und welche Einflüsse hat das dann? Also wie immer viel zu tun. Los geht's! Aber zunächst nochmal hier der Zeitplan für Olympia. Die Einzelzeitfahren sind beide am Samstag, 28. Juli. Frauen starten zwischen 14.30 Uhr, 16.00 Uhr und die Männer 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr. Und die Straßenrennen dann genau eine Woche später, die Männer wieder Samstag, 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr in etwa. Da werden die im Ziel erwartet. Und die Frauen am Sonntag, 4. August, zwischen 14.00 Uhr und 18.45 Uhr. Die haben auch ein bisschen kürzere Fahrzeit, weil die Strecke da 100 Kilometer kürzer ist. Dann die Strecke im Zeitfahren ist sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen komplett identisch. Das ist sehr schön, um auch hinterher ein paar Analysen durchzuführen. Wie ist da so der Unterschied? Zudem auch der gleiche Tag, das heißt auch sehr ähnliche Windbedingungen. Es ist ein komplett flaches Zeitfahren und es ist auch ein Rollerkurs mit relativ wenig Kurven. Also wir sehen hier die Anfangsphase, das sind so ganz leicht, aber das sind alles Vollgaskurven, die man komplett im Aero-Auflieger fahren kann. Und nach 5 Kilometer kommt so der erste Kreisverkehr. Aber selbst da verlieren die wahrscheinlich gar nicht so viel an Geschwindigkeit. Kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie jetzt dann tatsächlich dann auch die Absperrungen, also die Gitter da stehen. Aber dann haben wir noch so ein paar 90 Grad Kurven und da ist dann auch so ein bisschen die Frage, Hört man da früher aufzutreten, um sich ein bisschen zu erholen, rollt also auf die Kurve zu, bis man dann die Geschwindigkeit erreicht hat, wo man dann auch um die Kurve rumkommt? Oder hält man da Vollgas drauf zu, um noch ein paar Sekunden rauszuholen und dann halt stark abzubremsen? Und dann auch gleiches Spiel nach der Kurve, wie schnell beschleunige ich wieder raus oder eher so ein bisschen gleichmäßig? Das ist dann auch einfach ein bisschen Typfrage, also auf die Fahrzeit optimiert, heißt immer in den langsamen Bereichen mehr Kraft investieren und in den schnellen Bereichen ein bisschen rausnehmen. Das heißt definitiv nach der Kurve wieder ein bisschen anzutreten, macht Sinn. Aber wie weit? Das kommt dann halt auch ein bisschen auf die Fahrer an, wie gut die diese Tempowechsel vertragen. Hier ist sogar eine fast 180 Grad Kurve, so zwischen 18 und 19 Kilometer nach dem Start drin. Da werden die gefühlt fast zum Stillstand kommen und müssen dann wieder neu antreten. Und auch in diesen 90 Grad Kurven kann man über Streckenbesichtigungen, Bikehandling und halt genau diesen Bremspunkt zu treffen, auf jeden Fall noch ein bisschen was rausholen. Wie knapp kann man da bis auf den letzten Millimeter an die Bande ranfahren, ohne zu stürzen oder sich an so einer Metallbarriere da den Oberschenkel aufzuschlitzen? Das sind auf der ganzen Strecke ja so 5, 6 Punkte, wo man einfach ganz extrem bis ans äußerste Ende der Rennstrecke ran muss und jeden Millimeter ausnutzen muss. Hoffen wir mal, dass da am Kurvenausgang und am Scheitelpunkt vielleicht auch mal ein Heuballen liegt oder irgendwie so ein Kissen über dieser Barriere drüber liegt. Aber es ist dann doch, weil es nicht ganz so viele enge Kurven gibt, wie zum Beispiel in dem Weltmeisterkurs in Schottland. Und es gibt auch komplett gar keine Höhenmeter und Steigungen. Das heißt, das hier ist ein sehr ehrlicher Kurs für große, schwere, kräftige Rouleure, die einfach auch in diesem Verhältnis Kraft zu Oberfläche, die einfach aerodynamisch dann halt durch den Wind bewegt werden muss, einfach besser dastehen als kleine, leichte Fahrer. Und bis auf so diese ganz, ganz kleinen Fragen, wie man da durch die Kurven raus beschleunigt, das Zeitfahren wird man mit einer sehr gleichmäßigen Pacing-Strategie gewinnen. Das heißt, einfach schnell anfangen und versuchen, bei dem Tempo zu bleiben. Wie ist so der Tagsablauf bei einem Zeitfahren? Ich habe mir mal was rausgesucht, wo Rigoberto Uran das Ganze mal für die Tour de France versucht hat, so ein bisschen zu beschreiben. Und bei der Tour de France ist so ein Zeitfahren immer ein extrem langer Tag, weil da jeder einzelne Fahrer durch diesen Zeitfahrparcours irgendwie mal drüber geschickt werden muss. Das heißt, 176 Fahrer inklusive auch der Sprinter, die gar kein Interesse haben an dem Tag, auf irgendwie Tagesergebnisse fahren, sondern die wollen nur halt im Zeitlimit noch ins Ziel kommen. Aber dadurch hat halt jeder Fahrer von der Mannschaft halt einen ganz unterschiedlichen Zeitpunkt, wann er da von der Rampe runterrollen muss. Und die Teams versuchen dann halt ihr Möglichstes, diesen Ablauf davor so gleichmäßig wie immer zu lassen. Einfach ein gewohnter Ablauf für die Sportler, um dann nicht irgendwie in Stress reinzukommen. Viele Teams haben dann einfach so ein Excel-Arbeitsblatt vorbereitet, wo die die Startzeit von jedem einzelnen Fahrer eintragen, wann der von der Rampe runterrollt. Und da von rückwärts berechnet kriegen die dann Empfehlung, um wie viel Uhr dann der gleiche Sportler zum Beispiel an dem Tag noch mal was gegessen haben soll. Vielleicht auch später noch mal einen ganz kleinen Snack kurz vor dem Start. Aufwärmprogramm, wann muss das Material geprüft werden. Das heißt, Rigoberto Uran hier in dem Beispiel war bei der Tour de France immer ein Gesamtwertungsfahrer. Der hatte in der Regel immer einen sehr späten Start. Das heißt, der frühstückt ganz normal mit dem Teamkollegen, dann geht es zur Streckenbesichtigung. Aber der versucht dann nochmal so exakt drei Stunden vor seinem tatsächlichen Startzeit nochmal was zu essen und die Speicher aufzufüllen, damit du im Zeitfahren dann nicht auf einmal irgendwie Energieprobleme bekommst. Das heißt aber auch irgendwas, was definitiv leicht verdaulich ist und nicht schwer im Magentrinken liegt. Sowas wie ein Omelette mit Reis. Und dann haben alle Fahrer am Vormittag einmal die Gelegenheit zur Streckenbesichtigung, dann jetzt auch in dem Originalzustand, wie die auch später gefahren wird. In der Regel haben sich die Spitzenfahrer um die Tour de France so einen Einzelzeit fahren, die Strecke davon auch schon Monate vorher schon einmal, zweimal, dreimal angeschaut. Manche programmieren sich sogar die Strecke mit der dazugehörigen Pacing-Strategie für ihren Smart Trainer. Also so richtige Spezialisten wie Rohan Dennis oder Viktor Kampanats in Vorbereitung auf zum Beispiel einen WM Einzelzeit fahren. Die fahren teilweise monatelang immer wieder das gleiche Trainingsprogramm, wo zum Beispiel nach sechs Minuten so ein vier Minuten Intervall kommt. Weil genau an der Stelle in dem einen Einzelzeitfahren bei der WM, wo es dann ja drauf ankommt, kommt dann halt da ein Anstieg. Und die können dann am Wettkampftag ja fast blind ihre Pacing-Strategie so abspulen. Aber die Strecke ist dann doch zum Schluss immer noch so ein ganz kleines bisschen Rätselraten, wie kann man tatsächlich hier die Kurve anfahren, wie weit steht dann die Barriere noch in der Strecke drin. Und das heißt an dem Wettkampftag selber, vormittags, wenn die Strecke dann abgesperrt ist, haben die Athleten dann tatsächlich mal die Chance, ja auch auf dem Zeitverrat dann die gefährlichen Kurven nochmal auszuprobieren. Und dann kommt es ein bisschen auf die Strecke an, ob die die komplett abfahren oder ob die vielleicht nur die gefährlichen Schlüsselstellen dafür dann aber auch vier, fünfmal hintereinander abfahren. Man will sich ja jetzt auch nicht am Vormittag müde fahren, weil man am Nachmittag einfach die Körner braucht. Aber man muss halt die Kurven einfach auch dann noch später in Original-Renngeschwindigkeit abfahren. Und das heißt, man lässt dann halt entweder einfach die langen, geraden Strecken raus und fährt halt nun mal Vollgas in diesem kurzen, kleinen, winkeligen Teil. Oder die Fahrer beschleunigen im Windschatten von einem Auto oder auch ein bisschen mit Hilfe vom Türgriff festhalten. Einmal auf 50, 60 kmh hoch, bevor die dann halt auf diese Kurve zufahren. Und dann bekommen die halt eher ein Gefühl dafür, ja wo man da bremsen muss und ob die Kurve vielleicht eine Vollgas-Kurve ist oder nicht. Dann etwa eine Stunde vor dem Zeitfahren geht es zum Aufwärmprogramm. Das heißt einfach die ganze Muskulatur und den Motor ideal auf die Belastung vorbereiten. Und das ist auch immer wieder ein bisschen individuell, was der Fahrertyp braucht, beziehungsweise auch wie das Zeitfahren aussieht. Auf extrem kurze Zeitfahren, sagt man, muss man sich eher lange vorbereiten. Auf ein sehr langes Zeitfahren, eine sehr kurze Vorbereitung ist dann auch okay. Man will sich ja nicht müde fahren und man wird dann auch noch warm während dem Wettkampf. Also je nachdem, manche Sprinter fahren sich dann auch gar nicht warm. Aber so ein typisches Aufwärmprogramm für zum Beispiel hier einen 30 km Zeitfahren wären erstmal 10 Minuten in Leistungsbereich 2. Also noch weit unter der FDP-Schwellenleistung, aber ein bisschen mehr als aktive Erholung. Dann in 30 Sekundenabschnitten immer weiter steigernd in die hohen Belastungsbereiche. Dann das Ganze wieder umgekehrt in 30 Sekundenabschnitten wieder runter zurück in den Bereich 1. Das macht er so viermal immer wieder dieses hoch und runter, hoch und runter. Dann drei bis vier Minuten Erholung, das kann entweder komplett stehenbleibe heißen oder auch einfach nur so, ja, mehr so die Beine rotieren lassen. Und dann nochmal 10 Sekunden Folgersprint, auch sehr gerne mit einer extrem hohen Umdrehung. Und dann ist das in Summe jetzt hier so ein 35 bis 40 Minuten Aufwärmprogramm für dann 30 km Zeitfahren, wo der auch so 40 Minuten brauchen wird. Also doch schon eine ganze Menge, nicht nur wie beim Fußball, einmal kurz warm schießen und los geht's. Und nach dem Aufwärmprogramm hat er dann nochmal so knapp 20 Minuten, wo er nochmal kurz ein bisschen, ja, wieder auch sich erholen kann. Nochmal vielleicht einen Schluck trinken, nochmal vielleicht die Toilette aufsuchen. Und dann muss man aber auch schon mit seinem Material zu den UCI-Kommissären gehen, weil bevor die losfahren können, muss das alles erstmal geprüft werden, ob das überhaupt so regelkonform ist. In der Regel gehen die Teams auch vorher schon mal hin und lassen das Material prüfen, bevor die mit ihrem Aufwärmprogramm anfangen. Dann hat man einfach noch, ja, ein bisschen mehr Zeit, falls da noch irgendwie ein Problem auftaucht. Aber, ja, wirklich regelkonform ist, es zählt die Prüfung unmittelbar, bevor die von der Startrampe rollen. Und wenn die dann quasi zum Prüfen gehen, lässt der Kommissär dann das Rad auch nicht mehr weg, sondern danach geht's direkt zum Start weiter. Und während dem Zeitfahren haben die Fahrer bei der Tour de France normalerweise eine ständige Funkverbindung, allerdings nur einseitig. Das heißt, die Fahrer hören nur zu und so die wichtigsten, ja, Kommandos können die mit Handzeichen dann ans Auto zurückgeben, wenn irgendwas nicht stimmt. Aber die sollen sich einfach auf ihr Rennen konzentrieren und kriegen ähnlich wie in diesem Rallysport über Funk teilweise die ganze Zeit so Ansagen, wie jetzt die Strecke weitergeht, ob das eine Vollgaskurve ist, ob man die im Aero-Auflieger fährt oder in den Bremsgriffen. Teilweise sehen die Fahrer auch über Kilometer lang so gut wie nichts, weil die die ganze Zeit ihre Hände halt aerodynamisch vor den Augen haben. Und dann kriegen die quasi aus dem Auto raus, über Funk gesagt, wann dieses gerade Ausstück zu Ende ist. Bei der Tour de France hat man ja häufig, dass die wichtigsten Fahrer halt die um die Gesamtwertung ganz am Ende starten. Und vorher schon mal ein paar Teamkollegen, die das Ganze so ein bisschen als Test angehen können. Das heißt, die fahren teilweise manche Sektoren einfach auf Vollgas oder immer hier und da irgendwie eine gefährliche Kurve und geben dann halt auch Feedback ans Teamauto oder halt an den einen Gesamtwertungsfahrer. Hier die Kurve ist gefährlich oder aus der Kurve kannst du gut Schwung mitnehmen. Sehr häufig sieht man auch, dass die Gesamtwertungsfahrer schon mal im Teamauto mitfahren, wenn halt ein Teamkollege von denen vorher schon mal auf der Strecke unterwegs ist. Und wenn das Ganze halt einfach vor dem Aufwärmprogramm noch reinpasst, dass man die Strecke nochmal live gesehen hat. Aber das ist jetzt hier über dem Zeitfahren etwas anders, weil da herrscht komplett Funkverbot. Das heißt, die Fahrer sind auf sich alleine gestellt und müssen regelrecht, ja wie in so einem Vokabeltest, auswendig lernen, welche Kurve man wie fahren kann. Und es gibt keine Teamkollegen, für die der Tag heute egal ist, wo man sich die Strecke nochmal irgendwie mit anschauen kann, nochmal ein bisschen Feedback halten kann. Wir haben ein extrem kleines Starterfeld, aber die wollen alle gewinnen. Und dann würde ich doch mal sagen, gehen wir mal die Liste durch. Wer sind so die großen Favoriten? Wir haben für Belgien Wout van Aert und Remco Venepoel beides super Zeitfahrer. Aber in einem Fall von Evenepoel muss man leider sagen, hat die Strecke einfach zu wenig Höhenmeter und im Sinne von Bout van Aert könnten es ein paar mehr Kurven sein. Wären beide jetzt nicht ganz mein Nummer 1 Tipp, aber die muss man auf jeden Fall mit auf die Rechnung haben, vielleicht für Silber- oder Bronze-Medaille. Dänemark, Matthias Kehlmose ist eigentlich zu leicht. Mehr Gesamtwertungsfahrer, Mikkel Bjerg, dem könnte das sehr gut liegen. Jan Tratnik ist hier für Slowenien, allerdings wahrscheinlich auch nicht der beste slowenische Zeitfahrer. Ähnliches denke ich auch über Kevin Vauclant für Frankreich oder euer Lascano für Spanien. Die zwei sind wahrscheinlich hier, weil diese hügelfesten Fahrradtypen mit Beschleunigung, die haben vielleicht Chancen im Straßenrennen und irgendwann muss er beim Zeitfahren auch an den Start gehen. Ich glaube sogar, es gibt eine Regel, dass man hierfür nicht komplett andere Leute nominieren darf. Also streichen wir vielleicht doch wieder den Gedanken, dass hier wirklich alle auf Tagessieg fahren, sonst hätte ich hier zum Beispiel eher so einen Bruno Amirai erwartet. Aber Großbritannien hat einen sehr, sehr guten Fahrer, Joshua Tarling, 20 Jahre alt, 1,94 groß, fast 80 Kilo schwer. Also der ist genau der Fahrertyp für dieses flache Zeitfahren. Und der war ja auch Dritter bei der Weltmeisterschaft im Zeitfahren. Der ist Europameister im Zeitfahren, britischer Zeitfahrmeister. Und der war bei der Dauphiné im Zeitfahren zuletzt Zweiter hinter Remke Wendepool auf aber einem ügeligen Kurs. Ich glaube fast, das ist sogar mein Nummer 1 Tipp. Dann ist für Großbritannien auch noch hier Fred White und Ethan Hayter. Das heißt, die haben sogar drei Fahrer hier am Start. Ich blicke bei Olympia und diesen Nominierungskriterien nie so ganz durch. Kann sein, dass irgendeiner von denen noch zum Beispiel in einem Bahnwettbewerb ein Ticket gezogen hat und deswegen jetzt hier automatisch auch noch ein Startrecht hat. Aber Tarling ist ganz klar der Name, auf den man achten sollte. In Niederlande ist hier mit Dan Hole im Einzelzeitfahren. Das heißt, Mathieu van der Poel sieht wohl seine eigenen Chancen nicht ganz so hoch und zieht es dann lieber vor, sich zu regenerieren, zu erholen und dann auf das Straßenrennen zu fokussieren. Dann hat Italien hier natürlich einen ganz klaren Superfavoriten hier am Start. Filippo Ganner. 1,93 Meter groß, 83 Kilo schwer. Und naja, wenn er gegen Josh Tarling verliert, am Material hat es dann nicht gelegen. Und der wahrscheinlich dritte von den drei großen Favoriten ist Stefan Küng. Also der war jetzt schon ganz auf Zweiter und Dritter bei irgendwelchen ganz großen Zeitfahren. Der war schon mehrfach Europameister. Aber die Strecke, wo es wirklich einfach nur auf extreme Kraft ankommt, wenig auf Kurvenfahrverhalten und überhaupt nicht auf Körpergewicht. Also so viele Chancen hat Stefan Küng nicht irgendwo so ein Zeitfahren zu gewinnen. Aber hier das Olympia-Rennen ist ganz klar eins für ihn. Und der hat auch extrem viel hier in die Vorbereitung reingesteckt. Der hat nochmal extra einen neuen Grad mitentwickelt, mit dann teilweise noch so aero-optimierten Wasserflaschen, so ein bisschen von URE abgeguckt. Aber das sind so die ganz großen Favoriten. Ansonsten haben wir natürlich immer noch sehr solide Zeitfahrer, die vielleicht auch eine kleine Überraschung leisten können. Luke Blubb für Australien, McNulty und Sheffield für USA. Stefan Bissecker für die Schweiz. Warns Kjold und Voss für Norwegen. Nelson Oliveira für Portugal. Also warum Daniel Philippe Martinez von Bora ins Krohe das Zeitfahren dann halt für Kolumbien fährt. Das ist dann eher der gleiche Grund wie oben Euer Lascano und Kevin Waukler. Derek G. für Kanada ist ein guter Zeitfahrer, aber auch für ihn dürfte ein bisschen mehr Höhenmeter sein. Lawrence Pitty, Corbin Strong für Neuseeland sind ganz okay. Felix Großschartner startet für Österreich, Wayne Malen für Irland. Und dann haben wir noch die ganz große Frage. Deutschland, was ist möglich für Nils Pollett und Max Schachmann? Ich denke, Schachmann hat wahrscheinlich bessere Chancen dann später im Straßenrennen. Aber Nils Pollett hat doch auch auf jeden Fall mal das richtige Körperproportionen für die Strecke. 1,92 groß, 80 Kilo schwer. Ist der aktuelle deutsche Zeitfahrmeister, aber auf internationaler Ebene. Also ich würde mich auch schon über ein Top-10-Resultat freuen. Und ansonsten haben wir halt bei Olympia noch ein bisschen Füllwerk am Start. Wo wahrscheinlich auch der zehntbeste belgische Zeitfahrer immer noch schneller wäre als der. Also keine Kritik, warum hier Evgeni Fedorov für Kasachstan oder Klebsjurica für neutral an den Start gehen dürfen. Das sind alles Worldtour-Fahrer. Aber warum hier Marokko oder die Mongolei jeweils so einen Radtouristen da hinschicken darf, da verstehe ich die Qualifikationsregeln einfach nicht ganz. Und auch Binium Gemay ist hier am Start. Also das ist ein Sprinter in einem Zeitfahren. Der hat hier absolut nichts zu holen. Aber das ist natürlich trotzdem mit Abstand der beste eritreische Radfahrer. Der ist auch gerade in der Nähe und hat eine kurze Anreise. Aber schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, ob ihr das gut findet. Ja, so ein bisschen olympischer Gedanke, dass die Nationen halt hier auch vertreten sind und halt mal ihre Flagge irgendwie in den Wind halten dürfen. Oder wäre nicht eine rein leistungsorientierte Qualifikationsvorgabe vielleicht auch eine Überlegung wert, wenn hier wirklich der beste Zeitfahrer gesucht wird. Weil so verlieren halt echte Zeitfahrtspezialisten wie Viktor Kampanaz halt ihre Chance, ja zumindestens es zu versuchen. Weil die halt den gleichen Pass haben, aber halt nicht den gleichen großen Namen wie ein Baut von Art oder ein Remke Wennepuhl. Und stattdessen haben wir halt hier ein paar Leute dabei, auf die man sportlich gesehen ganz ehrlich auch verzichten könnte. Aber werfen wir noch einen schnellen Blick auf die Startliste bei den Frauen. Und da finde ich es fast noch schwieriger, die echten Favoriten rauszufiltern. Also wir haben ja auch gesagt, das Zeitfahren hier ist eher was für die großen, schweren Fahrer. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall von den Niederlandern Ellen van Dijk nennen. Aber die größte Favoritin in meinen Augen aus der Schweiz, Marleen Reuser. Da ist stand jetzt überhaupt gar nicht klar, ob die fahren kann. Die hatte sich schon bei der Flandern-Rundfahrt schwer verletzt, Kiefer gebrochen, kam dann zur Spanien-Rundfahrt zurück. Die Schweiz-Rundfahrt musste die zuletzt ausfallen lassen, wegen einem hartnäckigen Infekt. Und ich weiß gerade gar nicht, wie es da jetzt gerade geht, ob da Trainingsrückstand herrscht. Die hatte auch mental schon mal ein paar Probleme gehabt, wenn so ganz großer Druck auf ihr lastet, weil sie wäre halt hier in dem Rennen die Super-Favoritin. Aber vielleicht ist also Marleen Reuser hier gar nicht am Start. Und die dritte große Zeitfahrtspezialistin, die auch nur das kann und nichts anderes ist, Chloe Daigardt von den USA. Aber die schwankt immer extrem zwischen, die kommt eine Minute vor allen anderen an oder mit fünf Minuten Rückstand. Dann haben wir viele, die Zeit fahren halt gut können, weil die halt auch Gesamtwertungsfahrer sind. Für die dürften es aber auch eigentlich ein bisschen mehr Höhenmeter sein. Das heißt, Demi Vollering, die letzte Tour de France-Siegerin, Elisa Longoburghini, hat jetzt den Giro Italia gewonnen. Lotte Kopecki aus Belgien, die war da zweite. Juliette Labus aus Frankreich ist eine Gesamtwertungsfahrerin. Antonia Niedermeyer aus Deutschland war sechste beim Giro. Nief Fischer-Black aus Neuseeland, die ist eigentlich viel zu leicht für den Kurs. Ach, Anna Kiesenhofer aus Österreich ist noch eine Zeitfahrtspezialistin, die fährt Radsport auch mehr so, ja, nebenberuflich. Hauptberuflich ist die Professorin für Mathematik. Und dann haben wir noch mehr so tempofeste Fahrertypen. Kim Katsu, auch Neuseeland. Emma Northgard aus Dänemark. Grace Brown, Australien. Audrey Cordon-Ragot, Frankreich. Anna Henderson, Pfeiffer Georgi. Großbritannien, Julie van Befelde von Belgien. Und natürlich der absolute Publikumsliebling, Mieke Kröger. Für Deutschland am Start, aktuelle deutsche Zeitfahrmeisterin. Und 1,82, 77 Kilo. Das ist definitiv eine Strecke für ihren Fahrertypen. Und ansonsten gibt es hier noch ein paar Fahrer, von denen habe ich noch nie was gehört. Und bei Slowenien gab es noch ein ganz großes Thema, weil die Freundin von Tadej Pogacar, Ursga Sigat, nicht von der Nationalmannschaft hier ausgewählt wurde, für Olympia zu starten. Absolutes Unverständnis aus sportlicher Betrachtung. Also die gewinnt hier alle Nationalmeisterschaften in Slowenien hintereinander weg. Und ich würde auch nicht ausschließen, dass nachdem Ursga Sigat von ihrem Verband halt nicht für Olympia ausgewählt wurde, dass die Entscheidung auch ganz stark in die Entscheidung mit reinspielt, dass Tadej Pogacar auf einmal keine Lust mehr auf Olympia hat. Der hat offiziell seinen Startball zurückgezogen, weil er sich zu ermüdet fühlt und jetzt nach der Tour de France ein bisschen Erholung braucht. Das heißt, er macht jetzt mit ihr zusammen irgendwo anders einen schönen Urlaub. Aber ich glaube, eine Woche bezahlt er Urlaub in Paris. Und ja, zwischendurch auf Spaß beide ein bisschen Rennen fahren. Da hätte Pogacar wahrscheinlich nichts gegen gehabt. Aber wenn jetzt nur einer starten darf und der andere nicht. Aber mal ganz egal, Tadej Pogacar wäre eh kein großer Favorit fürs Einzelzeitfahren gewesen. Aber was meint ihr? Schreibt mal gerne eure Top-Tipps in die Kommentare. Wer holt sich die Goldmedaille sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen jetzt hier im Zeitfahren ab?